Lufthansa Die jetzt auch für das iPad verfügbare App der Lufthansa ist mehr als eine simple Flugplan-Software. Die Kernfunktion ist das Buchen von Flügen. Man gibt Start und Zielort ein und die App zeigt verfügbare Lufthansa-Flüge. Das direkte Buchen eines Fluges ist möglich. Services wie Check-in, Miles & More stehen nach einer Anmeldung zur Verfügung. Leider nutzt die Buchungsfunktion nur einen kleinen Teil der iPad-Bildschirmfläche aus. Offenbar basiert sie auf der iPhone-Version. Flugstatus und Flugplan zeigt die App auf Wunsch ebenfalls. Nett, aber auf Dauer lästig finden wir, dass die App Abflug und Zielflughafen als animierten Flug auf einer Karte anzeigt. Die Flüge von anderen Linien des Konzerns, etwa der Tochter German Wings, sind nicht in den Flugplänen enthalten. Die App bietet noch mehr. Kurze Städteporträts sollen den Nutzer zur nächsten Reise animieren. Insgesamt 70 Städte sind verfügbar. Man erfährt Einzelheiten zur Stadt und nützliche Reiseinformationen, das Wetter sowie einen Plan des jeweiligen Flughafens. Für Flugzeugfans gibt es außerdem einen Spezialbereich zum neuen Lufthansa-Flaggschiff, dem Airbus A380. Neben einigen Infos zu den Flügen und Videos zeigt die App einen 360-Grad-Einblick in das Cockpit des neuen Airbus. A480. 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 A580.